Guten Tag und herzlich willkommen. Dieses Video heißt Glucose und Fructose. Der Film gehört zur Reihe Kohlenhydrate. Als Vorkenntnisse solltest du wissen, was Monosaccharide, Disaccharide, Polysaccharide sind und du solltest wissen, worum es sich bei Chiralität handelt. Mein Ziel ist es, dir in diesem Video einen Überblick über Glucose und Fructose zu geben. Den Film habe ich folgendermaßen untergliedert. 1. Chemische Zuordnung 2. Vorkommen 3. Struktur 4. Zur Geschichte der Glucose 5. Gewinnung 6. Nachweise 7. Eigenschaften 8. Verwendung Im neunten Abschnitt wird resümiert und ein kurzer Vergleich zwischen Glucose und Fructose angestellt. 1. Chemische Zuordnung 1. Glucose und Fructose stehen zueinander wie zwei eilige Zwillinge. 2. Beide haben die Summenformel C6H12O6 2. Folglich sind sie Isomere 2. Glucose und Fructose sind Monosaccharide Als Einfachzucker gehören sie zu den Kohlenhydraten. 2. Vorkommen 2. Glucose kann auch mit K geschrieben werden, wird auch als Traubenzucker oder etwas veraltet als Dextrose bezeichnet. 3. Glucose ist Baustein einiger Disaccharide Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com 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 Gute Bildung zu Hause 3. Glucose 3. Glucose 4. Glucose